werden und so weiter? Nein. Er hat gesagt, ja, Yuhannas, ich schlage euch zwei beste Leute von euch vor. Hier ist Aminu Hadhihi Al-Ummah Abu Ubaidah, der vertrauensvollste dieser Ummah, Abu Ubaidah und hier ist Omar Al-Khattab. Sucht euch einen von denen aus. Und dann sehen wir, die Aufrichtigkeit, die diese Leute besaßen, direkt sprachen diese zwei Wallahi, es gibt keinen besseren, wie dich, der diese Aufgabe übernimmt. Und haben ihnen direkt den Eid gesprochen. Und dadurch haben dann die ganzen Sahaba auch Abu Bakr den Eid zugesprochen und Al-Beya gemacht und somit ist er der Khalifa und der Nachfolger von unserem Propheten Mohammed geworden und der Herrscher der Muslime nach unserem Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam und er hat die Aufgabe mit voller Verantwortung gemeistert und mit voller Aufrichtigkeit und mit voller Gottesfürchtigkeit die Aufgabe gemeistert, sodass Allah subhanahu wa ta'ala die Ummah in so einer sehr, sehr geringen Zeit zu Weltherrschern gemacht hat. Durch diese Aufrichtigkeit, durch diese diese Ehrlichkeit, durch diese Gottesfürchtigkeit, durch diese Arbeit, die sie geleistet haben für diese Religion. Und hierzu erzählen wir inshallah ta'ala vor allem zwei wichtige Sachen, die während seiner während seiner Khalifa-Zeit passiert sind. Es gibt so sehr, sehr viel zu erzählen, aber das sind für mich so die heftigsten Sachen sozusagen. Als er diese Verantwortung übernommen hat, diese Verantwortung der Muslime übernommen hat, wir wissen, politisch gesehen, der höchste Führer ist gestorben. Das heißt, der Staat in Medina, der Staat der Muslime, befindet sich gerade in einen sehr, sehr, sehr großen Schwachpunkt. Und die Leute, die Feinde, sind ja nicht blöd und sind ja nicht dumm. Und die wollen ja jede Chance ausnutzen, um den Islam zu vernichten. Und wie wir wissen auch aus der Geschichte, sind ja Leute dann aus dem Islam sozusagen zurückgetreten mit dem Tod von unserem Propheten Mohammed, die sogenannten Murta al-Din, diejenigen, die zurückgetreten sind. Von denen sind ja manche dann sozusagen, manche haben behauptet, dass sie ja neue Propheten sind, wie Abu Muslim al-Kaddaab und so weiter und so weiter. Aber vor allem Leute aus dem Medina, die zum Beispiel, oder außerhalb, die zum Beispiel keine Saka mehr geben wollten. Und Abu Bakr radiallahu anhu, der so genannte smarte Typ, der immer sehr, sehr barmherzig ist mit den Leuten und der dafür auch sehr, sehr bekannt ist, weil aus den Geschichten sozusagen entnehmen wir, Omar al-Kaddaab radiallahu anhu, ist derjenige, der hart ist und stark und so weiter. Abu Bakr radiallahu anhu, ist derjenige, der lieb ist und so weiter. Der lieb ist, aber wenn es um Wahrheit geht, wenn es um richtig oder falsch geht, wenn es um Religion geht, kannte er kein Pardon. Diese Leute, die zurückgetreten sind vom Islam und ausgetreten sind vom Islam, diese Leute, die die Saka nicht mehr geben wollten, den hat dieser Sahabe radiallahu anhu, Allah subhanahu hat den so stark gemacht und gefestigt, er hat denen den Krieg erklärt. Da kommt einer, der große Sahabe, wie Omar al-Kaddaab radiallahu anhu, zu ihm und sagt ihm, ja Abu Bakr, كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله? Wie kannst du jemanden bekämpfen, der لا إله إلا الله sagt? Dann packt ihn, Abu Bakr radiallahu anhu, packt Omar. Hier, das ist die Stärke des Glaubens, packt ihn und sagt ihm, يا Umar, والله لأو قاتلنا من فررقى بين الصلاة والزكاة. والله, ich bekämpfe diejenigen, die zwischen das Gebet und das Zakat unterscheiden. والله, wenn sie mir eine ganz kleine Sache, sozusagen ein Seil, mit dem mit dem ein Kamel gehalten wird, der das Zakat ist, wenn sie das nicht rausrücken, werde ich sie dafür bekämpfen. Und noch andere starke Aussagen, die er hier gebracht hat. Das klingt ja auch um Argumente. Omar bin Khattab radiallahu anhu, sagte zu ihm, Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einem Hadith, ومرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Wir wurden befohlen, die Leute zu bekämpfen, bis sie لا إله إلا الله sagen. Und diese Leute sagen, لا إله إلا Allah, wie kannst du sie bekämpfen? Dann sagte Omar, Abu Bakr radiallahu anhu, ardah, derjenige, der Wissen hat, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala, das richtige Verständnis dieser Religion gegeben hat. Er sagte zudem, macht das, macht dem Hadith zu Ende. حتى يقولوا لا إله إلا الله فإنقالوها عصموا مني أموالهم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها Nun mit ihrem Recht. Und er sagte, einer ihrer Rechte ist das Zakah. Deswegen müssen die Leute Zakah geben. Und dann hat Omar Abu Bakr radiallahu anhu, ardah, diese Leute bekämpft und sozusagen dadurch wurde dann der Islam auch dann stark Die zweite Geschichte die zeigt das große Befolgen oder das große wie wichtig das war für Abu Bakr radiallahu anhu, das Befolgen des Propheten Mohammed in jeder Kleinigkeit So, als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bevor Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, hatte er eine sozusagen eine Armee mit der Leitung von Usama ibn Sayyid radiallahu anhu, ardah gemacht, die in den Norden musste, um eine Gruppe da zu bekämpfen, die die Muslime bedrohte Als Abu Bakr radiallahu anhu die die Verantwortung oder die Führung übernommen hat hat er gesagt, dass diese Truppe rausgehen muss weil Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diesen Befehl ausgesprochen hat und dieser Befehl von dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam muss durchgeführt werden Omar al-Khattab und viele Sahaba kommen zu ihm und sagen denen das geht nicht du musst diese Truppe hier lassen wir sind nicht stark genug wir können angegriffen werden von außerhalb wir haben innerhalb auch Probleme mit diesen Leuten die aus dem Islam austreten dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu nein wallahi ich werde diesen Befehl von dem Propheten den der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat diesen Befehl werde ich ausüben und werde ich erfüllen dann sagt Omar al-Khattab radiallahu anhu okay wenn du das wenn du stur bist und du das unbedingt ausführen wirst dann wenigstens mach einen anderen Führer einen erfahrenen älteren Führer Usama al-Khattab war zu diesem Zeitpunkt 17, 18 Jahre alt dann packt er wieder Oman und sagt ihm Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat den als Führer auserwählt und du willst einen anderen nehmen und hat den rausgeschickt das zeigt uns wie genau Abu Bakr radiallahu anhu arda den Befehlen von unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gefolgt ist das sind nur zwei Geschichten sozusagen die ich erwähnt habe während seiner Verantwortung über die Muslime und er ging auch als er diese Truppe rausgelassen oder rausgeschickt hat ging er zu Fuß und verabschiedete diese Gruppe und Usama ibn Sayyid radiallahu anhu war auf seinem Reittier und er sagte das ist auch ein Benehmen den wir heute leider nicht mehr den die Muslime leider nicht mehr haben er sagte zu Abu Bakr radiallahu anhu lass mich runterkommen von meinem Reittier und du sollst dich hinsetzen und ich gehe zu Fuß aus Respekt Frau Abu Bakr radiallahu anhu arda Abu Bakr der Gottesfürchtige derjenige der Tawadu hat sagte zu dem Wallahi du bleibst da oben sitzen und ich gehe zu Fuß ich will auch ein bisschen sozusagen Sand verstreuen mit meinen Füßen das zeigt wie diese Leute gottesfürchtig waren wie diese Leute ehrenhaft waren wie diese Leute rechtschaffen waren und wie diese Leute sich und ihr Leben und ihre Zeit und alles für den Islam geopfert haben als er als er gestorben ist subhanallah der ist genau an demselben Tag wie unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam gestorben und das zeigt subhanallah das ist die Liebe das ist die Liebe zu der Person und deswegen wenn man wenn man mit Aufrichtigkeit wenn man mit Aufrichtigkeit den Propheten sallallahu alayhi wa sallam liebt dann wird man insha'Allah ta'ala auch ihn zu sehen bekommen in Yom Al-Qiyama und mit ihm zusammen sein insha'Allah Yom Al-Qiyama